Hey so und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, der ein bisschen sehr viel Blut im Kopf hat. Äh, ja, ich hab's jetzt endlich geschafft, den Stern zu kriegen. Nachdem ich den letzten Cut gemacht hab, ging's sofort, weil ich auf die Idee gekommen bin, dass ich... mich einmal rumdrehe und den Kopf dann so weit in den Nacken lege, dass ich den Monitor vom Kopf, also auf den Kopf sehe. Remote und dann schlägt er neben, auch nochmal umgedreht und schon ging's, so als ob ich ganz normal spielen würde. Und jetzt sammeln wir den Stern! Mwahaha, ist das schön, ist das herrlich, ist das grandios! Ah, mir tut mein Kopf weh. Hahaha, halter Schwede! Also das empfehle ich niemandem, der dem leicht schwindelig wird. Ach, egal. Wir vers... Oh, ah man, ich versuche es weiterzumachen hier, klein im Kopf zu werden. Ach. Anflug auf Risikokomet. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt den Maulwurf machen. Also ich rechte sehr stark mit dem Maulwurf, dass ich den jetzt in Risikokomet-Form machen muss. Ei, 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 ei. Äh, ja, hab ich mir doch gedacht. General Maulwurf! Und ja, ich glaube, dass ich jetzt weiß, wie das funktioniert. Da ich mir nochmal ein Video bei V-Hawk angesehen hab. Der hat das ja jetzt beendet. Der hat momentan nur noch ein Part hochzuladen. Der hat den letzten Part den 120. Stern gekriegt bei Mario Galaxy 2. Hier, Applaus, Gratulation! Und ja, ich glaube, jetzt wissen Sie müssen, wie das funktioniert. Bam! So, ich werde jetzt meine Fresse halten, damit ich mich möglichst gut konzentrieren kann. So, ich werde jetzt meine Fresse halten, damit ich mich möglichst gut konzentrieren kann. Nein! Ich bin so doof! Ich renne voll in den Kaktus rein. Also, das war jetzt selten dämlich von mir. Wieso renne ich auch in den Kaktus rein? Ja, sehr schön. Moment. Bam! Standteile sammeln! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wow, da ist er! So, diesmal aber nicht so dämlich sein und mal ein bisschen auf den Weg achten, nicht wahr? Wow! Wieso bin ich stehen geblieben? Nein, ich will den Sternenteil doch haben. Das Sternenteil. Ich will das Sternenteil haben. Ja, schönes Deutsch. Ich kann gut Deutsch. Was ist mit der Deal? Ich kann gut Deutsch. So, einmal aus dem Weg, sonst nervst du mich. Gut. Ach. Ich verliere eigentlich nur, weil ich mich zu dumm anstelle gegen den. So ungefähr. Ich renne andauernd in den Rhein. Ich renne andauernd in irgendwas rein. Ich sehe den, renne dann zu dem und werde getroffen. Oder ich bleibe einfach nur stehen. Wie doof ist das? Ups. Entschuldigung. Boom. So, jetzt aber wieder. Konzentration. Konzentration. Ich bin... Ich sollte mich nicht auf die Sternteile konzentrieren. Ich will die Sternteile haben und... Ich habe mich jetzt nicht verdrückt, oder? Gut, ich dachte, der wäre weg. Das wäre ja dämlich gewesen, wenn der jetzt weg gewesen wäre. Auf jeden Fall sind die Sternteile, die ich vorher gesammelt habe, jetzt weg. Ist das doof. Ich bin selten dämlich. Ich bin selten dämlich. So, komm. Ich dachte, ich... Ich habe gerade gedacht, Juhu, das kann man doch wegklicken. Aber kann man nicht. Es nervt. So. Du nervst. Bam. Du nervst ebenfalls. Geh kaputt. Man kann es nicht wegklicken. So. So, jetzt wieder ein bisschen weiter oben bleiben. Dann wird er auf jeden Fall von unten kommen. Sag ich ja. Boah, wie schnell ist der denn? Ey, wie schnell war der denn jetzt unterwegs? Komm. Der letzte Versuch. Ich will das jetzt schaffen, Mann. Okay. Huuu. So langsam kann ich das nicht mehr hören. Okay. Komm, pack' ich noch. Ich spring ganz klein. Nein, 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 nein. Nein. Ja, ist okay. Moment, habe ich den letzten Stand eigentlich gespeichert? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hoffe, den habe ich gespeichert. Ja, wir waren lange nicht mehr im Titelbildschirm. Komm, ich will eine E-Mail. Du dummer. Ich will eine E-Mail. Keine E-Mail. Post von Peach, die mir sagt, komm, hier hast du tausend Leben und tausend Sterne, dann brauchst du nicht mehr spielen. Dann brauchst du das Spiel nicht mehr spielen, wenn du tausend Sterne hast. So gibt es viele, gibt es zwar nicht in den Spielen, aber egal. Kann man sich bestimmt irgendwie was ercheaten oder so. Meine Güte. Und nein, ich habe kein Cheat-Modul dafür. Oder wie das auch immer heißt, so ein Action-Replay für die Wii. So was brauche ich nicht, denn ich bin ein Profi-Spieler. Ich spiele Spiele ohne Cheats. Anflug auf Risiko-Komet. Ah. Boom. So. Das wird ein reiner General-Mailwurf-Part. Ich werde dir schon schauen, dass du den Part nicht diesen Idioten zu besiegen. Danke. Ach ne, jetzt kommt erst mal das wieder. Ja, komm. Ups. Machst du sehr schön. Du kriegst noch eins im Minus dafür. Da komm, du bist auch schneller als ich. Wieso dauert das dann so lange? Ach. Bewegt deinen fetten Arsch. Du hast dich am Maulwurf. Wo willst du lang? Das war Fail. Wo bist du? Da bist du. Wow. Ach. No. Boah. Der war knapp. Ich verbau mir gerade sämtliche Fluchtwege. Kann das sein? Wo willst du hin? Kumpel. Das muss ich. Aber ich will oder nicht hier unten lang. Jawohl. Endlich. Meine Güte. Dieser. Das hat mich aufgeregt. General Maulwurf ist besiegt. Ich freue mich darüber. Ist das herrlich. Ich habe gedacht, dass wir gar nichts mehr in diesem Part. Jetzt habe ich fast 10 Minuten für diesen einen Boss gebraucht. Meine Güte. Speichern. Ja, diesmal speichere ich. Wie angehe ich so jedes Mal, ne? Also, gucken. Jetzt habe ich eigentlich nur noch. Hier ist ein grüner Stern. Ah. Moment. Wir gucken uns doch mal. Ja. Ist das schön gemacht. So, wir gucken uns mal. Luigi's. Wo ist das? Das könnte die Bienendingens Galaxie sein. Egal. So, zum Spiel. Wir gehen. Wohin gehen wir denn? Wir haben hier den Geheimstern. Hier geheim. Und hier geheim. Mal gucken, wo. In welcher Mission wäre hier der geheime? Mal gucken. Hm. Geheim. Schlipfriger Eisberg. Direkt hier. Gut. Dann suchen wir hier mal den geheimen Stern, oder? Da da. Wo könnte der sein? Hm. Boom. So, die kriege ich ja nicht so ohne weißes Blatt. Das weiß ich ja jetzt. Hey, Opa, übst du auch? Eisrutschen ja, wie einmal Ja, ich fang dich dann mal wieder Gute Frage, so könnte der sein Wenn ich den Pinguin jage und dabei feile, überlege ich mal Ich habe keine Idee Ich habe ehrlich keine Idee, wo der sein könnte Vielleicht kann ich, bevor ich in den Sternenring springe, was hier sehen Die kann ich auf jeden Fall nicht zerstören, oder? Nein, da ist nichts kaputt zu machen Aber auch du sollst einfach nur Rolls stehen bleiben So, wo geht's dann lang? Da So erkenne ich auf jeden Fall nichts Hm, wir springen einfach mal rein und gucken Wir gucken uns jetzt mal genau um Was ist das? Darf ich... Was war das? Okay, hier kann ich schon mal nicht genau gucken Haa... Moment Wir gehen jetzt einfach mal hier gucken Was steht denn hier? Lesen Das, was hier ist bitterkalt Wenn du hineinverschlägst, dann echt nicht mehr... Och, ne, oder? Das wusste ich ja noch gar nicht So, ich will hier drauf Dann Jupp, wollte ich hier rein Was ja so einen Spaß macht Ja, wir rutschen So, da hoch will ich Da will ich hoch Muss ich da drauf kommen Stirb, Gumba Ja, du kannst das wirklich sehr schön Dann Vielen Dank.